Noch so ein Suspekt. Meine Güte, was ist denn das für einer? Ja, in seiner Terme ist gerade ein Mord passiert. Sollte er nicht ein bisschen kooperativer sein? Oh Mann, habe ich vorher gesagt? Der ist mir suspekt. Ich kann ihn absolut nicht leiden. Unglaublich. Okay. So, was haben wir denn hier? Mehrere Muttermale. Hier scheint erstmal nichts Interessantes zu sein. Andere Seite vielleicht. Der hat aber schon viele Falten auf. Der Stirn sieht eigentlich noch recht jung aus, wie ich finde. Aber gut. Ja, der Klunker hier. Siegelringen, adlige Wurzeln. Mhm, trotzdem. Muss man sich nicht so benehmen, wie ich finde. Goldkette, Kaschmirweste. Ein reicher Mann. Davon bin ich ausgegangen. Ein arroganter Ausdruck. Aber sowas von. Und seine Mundform zeugt von Geringschätzung. Das sind die Berliner Schaaf. Das ist die Berliner Schaaf. Das sind die Berliner Schaaf. Das ist richtig? Das ist richtig? Ach so, die sind überhaupt noch nicht offiziell eröffnet gewesen. Wie lief ihre Arbeit so? Also, wir könnten natürlich auch seinen Brief hier erwähnen, den haben wir ja vorher auch schon erwähnt, blutverschmierter Schlüssel, nein, gekühlter Champagner, ich glaube, hat damit auch nichts zu tun, die römische Münze, nee, ich glaube, ich würde den Brief nochmal ansprechen. Blinkhorn, he was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising and it was good for the Barth's publicity, though yes, I changed my mind. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. Yes, the steam was working well, then of course that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything, but ask Garo, he saw the body first. Alle weisen auf den Garo hin. Komisch, ne? Also hier ist der Gesichtsausdruck von ihm ganz besonders. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich finde es wirklich widerwärtig. So, was gab es Ungewöhnliches? Das geschmolzene Silber und der Champagner. Ich spreche erst mal den Champagner an. Hast du eine Bottle Champagner zum Bappen gebracht? Absolut nicht. Sir Rodney hat es, glaube ich. Okay, das macht Sinn. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Are you aware that Mr. Garo is under a form of medication? Garo? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Ja, aber warum war denn der Garo überhaupt da? Also der Blinkhorn kennt ihn und er machte sich Sorgen um ihn. Mr. Pitkin bezeichnet ihn als Parasiten. Mhm. Also, der nächste bitte. Please escort this suspect for interrogation. Oh. Oh. Oh je. Gut, wir fangen mal an. So, was haben wir hier? Er ist unrasiert. Mhm. Er hat Augenringe. Oh, sonst soweit erstmal nichts. Ihm steht der Schweiß auf der Stirn. Seine Kleidung ist dreckig. Und er ist abergläubisch. Er trägt ein Hamster-Amulett. Mhm. Mhm. What is your occupation? I-I am a counselor at the, uh, district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I-I follow the researchers. I am, uh, interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Gallo. I, uh, I meant nothing. But by that, I apologize. Oh oh. Das hört sich aber so an, als, äh, wäre er sowas wie ein kleiner Saboteur. Hm? Es könnte auch durchaus sein, dass er möchte, dass das, was dort eigentlich an Ausgrabungen zu Tage gefördert wird, ähm, ja, für immer unter Verschluss bleibt. Hm. Sehr seltsam, der Typ. Please try to recall what you saw today. The room was so, so hot, I-I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know. Flying through the air, I-I-I saw the blood. I tried to escape, I-I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was, was shining, like, like gold. Okay, aber gold haben wir nicht gefunden, nur geschmolzenes Silber. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Bitte? Das hat nichts gebracht. Er war zu stark. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Well, he-he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for-for example, I-I saw him leave. When he returned, it-it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and, er, he-he started to laugh. What was it like to work with Sir Rodney? It was like, er, working with-with a genius. He was a hard man, but then, you know, this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he, uh, he trusted me, but, uh, oh. Are you feeling unwell? I'm sorry. He is I. I remember, oh, I feel so sorry. Do you need anything? I, uh, I feel bad. I, I hear... No, nothing. I'm better now. Oh je. Ja, ich glaube kaum, dass der Champagner von ihm ist. Did you place the bottle of Champagne in the changing room? What? No. His ring. Oh. It should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring. Digging dark secrets. Really? I, uh, it is after me now. I know it. Oh, I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Ach du Schande. Uh, in Ordnung? Okay. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Okay. Das hätten wir vielleicht schon vorher machen sollen. Oh je. This is the coin that he showed me. It is from the third century. It must be very rare. No, I, 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 I don't know. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Mm-hmm. Okay. Puh, das war jetzt aber schwierig. Interessant, dass wir mit ihm kein Quicktime-Event hatten. Oh je, oh je. Es könnte natürlich durchaus sein, dass wir keins hatten, weil wir ihm die Medizin erst so spät gegeben haben. Das könnte sich jetzt natürlich als Segen erweisen oder auch als Fluch. Nämlich als Segen, wenn er uns dadurch sein wahres Ich gezeigt hat, quasi. Na ja, gut. Okay. Wir schauen uns erstmal hier die Porträts an. Da hätten wir Percival Blinkhorn. Percival Blinkhorn kann man als Vollblutarchäologen bezeichnen, der immer und überall die Schätze im Boden erkunden will. Vermutlich übt er diesen Beruf seit 15 bis 20 Jahren aus und offenbar findet er immer noch Gefallen daran. Gregory Pitkin entspricht dem typischen Bild eines Mitglieds der oberen Klasse. Er ist reich, geht einer Arbeit nach, die ihn über viele andere erhebt und betrachtet dies alles als sein Geburtsrecht. Ganz gleich, was er getan hat, ist er der Ansicht, dass er nichts im Gefängnis zu suchen hat. So, und dann hätten wir hier noch, genau, Tristram Garrow. Hier hat er auch seine Brille auf. Irgendwie sieht er ganz anders so aus, ha? Tristram Garrow ist Anfang 30 und leidet unter starker Kurzsichtigkeit. Er wirkt sehr verstört. Das liegt vermutlich am Schock durch die Ereignisse, aber wohl nicht nur, denn er hat sich seit einigen Tagen nicht rasiert und trägt zudem dreckige Kleider. Okay. Gut, ich wüsste jetzt erst mal nichts mehr damit anzufangen. Hier komme ich nicht rein. Das dürfte irgendwie das Büro von Lestrade sein. Kann ich mir das einige Sachen hier vielleicht nochmal ansehen? Hier habe ich ja fast alles mitgenommen, nicht wahr? Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns nochmal ein paar Sachen unter dem Mikroskop in der Baker Street ansehen. So, da hatten wir einmal die Form der Waffe. Ist ungewöhnlich lang und gebogen. Wir haben alles erfragt. Tatsächlich. Okay. Gut. Ich gehe jetzt mal hier nach vorne. Da oben geht es auch noch rauf. Mr. Holmes. Mr. Holmes. Okay, gut. Dann machen wir doch einmal unsere Beweisführung auf und schauen, was wir hier deduzieren können. So. Gero's Medikamente. Kaputte Brille. Sehr flüssiges Blut. Champagner. Gestohlen. Warum ist die Brille kaputt gegangen? Er konnte doch gar nichts sehen. Und gestohlene Notizen. Seltsame Wunde. Könnte das sehr flüssige Blut damit zusammenhängen, dass es sich vielleicht auch um eine Eisklinge gehandelt haben könnte? Mir kommt da nämlich gerade in den Sinn, dass vielleicht jemand eine Eisklinge in einem Sekt- oder Champagnerkühler unterbringt, damit die nämlich nicht schmilzt, bis man sie benutzt. Schade. Sehr flüssiges Blut und Champagner gehen schon mal nicht mehr. Aber vielleicht sehr flüssiges Blut und die seltsame Wunde? Oh, tatsächlich. Dampffeuchtigkeit. Das Wasser im Blut lässt sich durch die feuchte Luft erklären, die auf den Dampf zurückgeht. Ungeklärte Spur. Das Wasser im Blut ist eine bisher ungeklärte Spur in diesem Mordfall. Es muss irgendwie mit dem Mord zusammenhängen. Das wäre jedenfalls eine Möglichkeit, nicht wahr? Okay, gehen wir nochmal zurück. So, Rodneys Lüge und kaputte Brille, seltsame Wunde. Medikamente und die Brille? Hm. Wird ja sein können, dass er die aus irgendeinem Grund kaputt gemacht hat. So, aber vielleicht nochmal der Champ... Was? Achso, ja, die möchte ich eigentlich ganz gerne hier wieder rausnehmen. Hm? Moment. Geros Medikament und rechtzeitiges Auftauchen. Nein. Na, jetzt bin ich aber auch alles durchgegangen. Na, komm schon. So, Rodneys Lüge und das Kohlebecken. Gut, aber was eigentlich gehen müsste, ist die kaputte Brille und das Kohlebecken, oder? Hm. Warum lag die da? Möglicherweise Silberwaffe. Ein Gegenstand aus Silber ist kürzlich im Kohlebecken zu einem Metallklumpen geschmolzen. Ja, das hatte ich ja auch schon überlegt. Allerdings, wie gesagt, kommt mir da gerade eben auch sowas wie eine Eiswaffe in den Sinn. Mhm. So. Gestohlene Notizen vielleicht und Sir Rodneys Lüge. Oh, das geht auch. Sehr schön. Tödliches Geheimnis. Warum hätte Sir Rodney etwas verbergen wollen? Könnte seine Entdeckung das Motiv für den Mord an ihm sein? Oh, das habe ich doch gar nicht eingeloggt eigentlich, oder? Na gut. Die letzte Expedition. Finden Sie heraus, wohin Sir Rodney wenige Tage vor seinem Tod gegangen ist und lüften Sie sein großes Geheimnis. Mhm. Da haben wir jetzt was Neues. Tab Sir Rodneys letzte Expedition. So, Beweise. Auf Landkarte. Eine handgezeichnete Karte aus Sir Rodneys persönlichen Gegenständen. Auf ihr ist eine Stelle in der Nähe von St. Albans, nördlich von London markiert. Wo genau die Stelle liegt, kann auf der Karte in der Baker Street herausgefunden werden. Gut, dann schauen wir also mal, was für eine wichtige Entdeckung Sir Rodney gemacht hat. Ja, das hätte ich vielleicht alles hier machen sollen, aber ich kann ja nochmal gucken, ob es nicht doch noch das eine oder andere gibt, was wir hier kombinieren können. Also wir haben hier die seltsame Wunde und ein Kohlebecken. Nee, schade. Aber der Champagner vielleicht. Gut, na, das hatte ich doch schon versucht, nicht wahr? Ja, das habe ich alles schon versucht. Die Auswahl heben wir auf. Ich finde das nervig, dass diese Sachen hier immer so hin und her wandern müssen. Könnt ihr mal stehen bleiben, bitte? Rechtzeitiges Auftauchen. Das Medikament, ich glaube, das ist eigentlich jetzt nicht wichtig. Aber wir haben natürlich eine gestuhlene Notiz. Vielleicht ist die natürlich auch verbrannt worden. Nein. Aber sie hat was mit Pitkins Plan vielleicht zu tun? Das lässt sich ja alles nicht mehr sinnvoll miteinander verbinden. Okay, dann würde ich sagen, springen wir direkt in die Baker Street. Jetzt haben wir zwei Karten. Genau, wahrscheinlich können wir die untere hier wieder ziehen. Sehr schön. Gucken wir erstmal nach irgendwas, woran wir uns halten können. Soll das hier vielleicht ein Fluss sein? Ich glaube, am markantesten ist das hier. Dieser blitzförmige Strich. Danach werde ich jetzt mal suchen. Oder Na, das Kreuz gehört ja hier so dazu. Da ist es doch. Da haben wir es. Achso, können wir das auch noch verschieben? Na, doch, das ist es. So, St. Albans. Oh, vielleicht hätte ich nochmal vorher ins Archiv gucken können. Die beiden haben das ja jetzt hier nicht dabei. Naja, notfalls können wir eben dann wieder zurückspringen zu Baker Street und dann ist gut. So, Ausgrabungsstätte untersuchen. Untersuchen Sie die Ausgrabungsstätte. Welche wichtige Entdeckung war Sir Rodney im Begriff zu machen? So. Archeologi... Was? Site is closed until... was? This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? Further Notice steht da wahrscheinlich, ne? Das kann man nicht lesen wegen dem Dialog hier. So, wo geht's denn rein? Mhm. Da sieht man auch irgendwelche Ruinen. Da sehe ich so ein paar Bögen. Schauen wir mal. Ist ja keiner da, der uns daran hindert, hier einzutreten. Dann gibt's auch einige Statuen. Okay. Hoppala. Nur einen kleinen FPS-Drop. So. Domum Hadriano. Ist jemand zu Hause? Nein. Oh, der Stuhl ist umgerissen. Warum ist der Stuhl umgerissen? Karte. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Aha. Dokumente. Geheimer Mithras-Tempel. Die Anhänger von Mithras gingen ihrem Glauben heimlich nach. Im Alltag beteten sie ungewöhnliche Gottheiten wie Juno oder Neptun an. Die Mithras-Tempel befanden sich im Normalfall unterhalb von Tempeln anderer Götter. Die Mithras-Anhänger bezogen sich häufig auf ihre traditionellen Götter, um Zugang zu ihren Mieträumen zu erhalten. Das Mieträumen im französischen Dio ist ein interessantes Beispiel, denn dort befand sich der Eingang zum Tempel unterhalb einer Statue der Diana. Der Eingang wurde höchstwahrscheinlich durch einen raffinierten Stein und Seilmechanismus sichtbar. Der Mechanismus selbst wäre womöglich niemals entdeckt worden, wenn er nicht durch einen Wassereinbruch zerstört worden wäre. Dabei wurde auch der Weg hinunter in das Mieträumen offengelegt. Mithras-Tempel gibt es in Rom, Ostia, Numidien, Dalmatien, Britannien sowie entlang der Rhein-Donau-Linie. Seltener, aber immer noch vorhanden sind sie in Griechenland, Ägypten und Syrien. Aha, das ist ja interessant. Kann ich mir die anderen Sachen auch noch angucken? Nee, ne? So, hier ist wahrscheinlich nochmal eine kleine Übersichtskarte der Ausgrabung. Huch! Boah, what's denn? Er schreckt mich doch nicht so. Er läuft draußen rum und ich kriege erstmal einen halben Herzinfarkt. Oh, hier können wir was puzzeln. Das lasse ich mir gleich schon mal offen. Untersuchen wir erst dieses Regal. Flüche und Religion Und die leeren Kokosnüsse, mit denen sie die Geräusche von reitenden Pferden nachahmten. Ein weiteres seltsames Ritual für die alten Götter, um die bösen Geister fernzuhalten. Wenn die Menschen spürten, wie das dunkle Auge auf ihnen lastete, warfen sie alle ihre Wehrsachen ins Feuer. Schwarzafrikanische Stämme verbrannten Früchte, während die reichen Familien im antiken Rom keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Aha! Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, ob solch wertvolle Opfergaben danach zusammen mit der Asche entsorgt wurden oder ob man sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendete. Ha! Das ist ja interessant. Er sagte doch, es hätte sowieso nicht geholfen, oder? Dann muss der Garou irgendetwas Silbernes in das Kohlebecken geworfen haben. Oh, da bin ich mir aber ganz sicher. Also, ich sehe es wenigstens im Rahmenbedarf, Ich sehe sie Jahre alt. Und da bin ich aber nicht so. Hier können wir also mal abonnen. Und wenn du sie wieder. Vielen Dank.